Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu ADOM. Beim letzten Mal haben wir in einem Wald ein bisschen gezündelt, was nicht so gut war und eine ganze Menge Pilzköpfe totgeschlagen, was sehr gut war. Daraufhin haben wir auch eine ganze Menge Pilze eingesammelt und die habe ich mal identifiziert und ein bisschen mit rumgetestet. Allerdings war da relativ schnell an Grenzen gekommen, weil die waren alle cursed, also fast alle, die wir eingesammelt haben und ich würde ganz gern zum Ausprobieren nicht unbedingt gecursedem Schubens essen. Und uns ist unser Holy Water ausgegangen. Ihr habt, glaube ich, genau noch eins. Was ich getestet habe, ich habe Kaboom geblässt und Meditation geblässt und die schon mal ausprobiert. Die scheinen ganz gut zu sein. Kaboom gibt permanent Spell Points, also wir können das einfach mal machen, können die essen. You start to consume the blessed mushroom of Kaboom. You are done eating the blessed mushroom of Kaboom. You feel spiritually greatly empowered. Und wir sehen, wir haben zwei Power Points dazu gekriegt. Das können wir jetzt, ich nehme an, so oft machen, wie wir wollen. Und ich glaube auch jetzt zu wissen, woher mir das Ganze bekannt vorkam. Ich werde das im Changelog gelesen haben, dass es jetzt Fungoids und Fungal Gedöns gibt. Und wahrscheinlich auch irgendwo in einem Forum. Daher kam mir das bekannt vor, obwohl ich es, also es ist noch nicht allzu lange im Spiel. Also diese Fungal Caves, die auch tatsächlich so heißen, sind tatsächlich erst vor relativ kurzer Zeit, so wie ich das überblicke, hinzugefügt worden zum Spiel. Und ja, so, das war das eine. Was war das andere? Genau, das andere, was ich genommen habe, war Meditation. Da gehen wir ja eher auf so einen psychedelischen Trip, was ganz lustig ist. Das können wir auch mal machen. Das scheint auch positiv zu sein. Das klingt so, als sei das gut. Also, wir essen die jetzt einfach mal. Benign Gays. Also es scheint Eicy ja zu gefallen, dass wir hier auf einem LSD, also auf einem Schromtrip sind. Und die anderen werde ich testen, wenn wir wieder genug Holy Water haben, weil ich will, also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alle teste. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt mit einem Charakter machen, den man noch weiterspielen will. Das mache ich vielleicht mit einem separaten Savegame. Das spiele ich dann nochmal bis hierher und teste das dann mal, weil da kann ja auch durchaus was dabei sein. Immobility zum Beispiel, könnte ja sein, dass wir uns dann, weiß ich nicht, obwohl das wird wahrscheinlich einfach nur Paralyze sein. Aber grundsätzlich sollte man sowas nicht unbedingt ausprobieren, wenn man das Spiel durchspielen will. So, dann können wir jetzt mal gucken, wenn wir die ja jetzt, haben wir noch irgendwie Seas über, müssen wir ja da, C, 4. Okay, also das scheint Piety dazugegeben zu haben, dieser Trip zu AISA oder AISIA oder wie auch immer. Gut, das kann ja nicht schaden. Okay, was wollten wir jetzt machen? Jetzt wollten wir, was wollten wir, wir wollten, wir wollten, wir wollten. Wir wollten weiter Aufträge machen. Ich wollte mir nochmal angucken, habe ich noch irgendwas, ich habe noch ein paar Sachen verkauft, die über waren. Haben wir noch irgendwas Nettes? Uncast Bracers of Resistance, die sind nicht schlecht, die sind sogar ziemlich gut. Die machen Death Resistance, Sleep Resistance, Fire Resistance, Cold Resistance, ich glaube, das war es. Das haben wir zwar schon, aber das könnte ja theoretisch noch besser werden, durch das Mummy-Wrapping oder durch den Angriff, ne, durch das Mummy-Wrapping, glaube ich. Aber das stackt ja, das könnte man also durchaus noch machen, allerdings müssten wir dazu unsere Braces of Toughness abnehmen und das möchte ich eigentlich nicht. Achso, und genau, das wollt ihr auch noch ausprobieren. Was passiert, wenn wir das Ding benutzen? Oh. Ja. Ist wahrscheinlich Pilzsuppe drin, ist ja, Füllhorn, dass das sättigt, ist ja nicht ganz unlogisch. Okay, gut, dann wollen wir jetzt aber mal mit dem Spiel weitermachen. Wir wollen hier eine neue Quest machen. Guten Tag, der Herr. Quests. You need to vanquish the Ogre-Tribe adjacent to our beautiful city. Those beasts lately started to attack us. Sag bloß. See to it that none survive. Okay. Travel to the east of my place here. There you will find a stairway leading to the caves of those gruesome Ogres. Das wird dann auch erst erschienen sein. Das gibt es nämlich vorher nicht. Return to me when you've murdered them all. Okay. Thomas, du musst mir nicht Glückwünsche geben, wenn ich eine Quest annehme. Also das, gut. Also hier geht es ja. Gut, dann gehen wir hier mal runter. Und hier haben wir auch gleich ein Ogre. Wird das Schöne an diesem Ogre-Cave ist, wenn wir hier, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, wenn wir hier alle killen, gibt es hier keine neuen Monster. Das heißt, wir können hier alle unsere Items, die wir irgendwo lagern wollen, lagern, ohne Angst zu haben, dass sie verschwinden. Oh, Fireproof Banquet. Dankeschön. Nothing of value. Stimmt gar nicht. Du hast was auf Value. Du hast Blackwing. Dankeschön. Anything of value. Hat vielleicht der Oga Magus. Ach, ja. So, bringen wir dich einfach um. Ich hätte vielleicht uns mal ein bisschen heilen sollen. Aber naja, das kriegen wir schon hin. Ja, komm hier. Gut, den nehmen wir mal mit. Okay, sie machen dann doch ein bisschen Schaden. Great Strength Weaning. Wie ist denn unsere Lage? 4.700. Strained. Okay, dann müsste ja bald das bloated weg sein. Ja, also ich mache das Pickpocketing noch, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass man da durchaus gute Sachen bei finden kann. Ähm, vor allem Potions gibt es ganz gute. Weißt du was? Das bringen wir dich einfach mal um. Bssst. Bssst. Okay. Ich glaube, das war der Boss hier schon. Gauntlet. Bssst. 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 Ja, müssen sie auch nicht übertreiben mit dem Pickpocketing. Bssst. 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 HurtlingBread. Wir wollen ja, machen das ja eigentlich hier nur, damit der Kollege Thwanda glücklich mit uns ist. Und uns eine... Okay, das sind noch ein Orgekopf. Ja, machen wir das. Software needs several items. Gold Pieces. Come on. Cook it. Haben wir eigentlich, können wir eigentlich Stärke überhaupt noch dazukriegen? Nö. Also brauche ich eigentlich auch keine O-Gürze essen. Weil das geht ja glaube ich nur bis zum Maximum. Okay. Ja, so aufregend ist das nicht. Hier sind halt nur O-Gürze. Und O-Gürze sind nicht mehr wirklich ein Problem. Und es ist auch nur das eine Level. Okay, hier sind ein paar. Und wir finden Scratched Wing. Sehr gut. Weißt du was? Jetzt essen wir mal Stormy MTI hier. O-Gürze. O-Gürze. Dafür haben wir das Zeug. Ja. Es ist so ein bisschen Essen, Finger in den Hals, Essen, Finger in den Hals. Es ist nicht wirklich schön, aber ne. Steel Grazers. Für den Fall, dass vielleicht wir vielleicht doch noch ein bisschen Stärke dazukriegen. Blub, 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 blub. You have completed the quest to vanquish the Ogre Tribe. Dankeschön. Push no boost. Quarterstaff. So, das soll alles gewesen sein hier. Machen wir doch mal Magic Map. Sieht so aus. Ja, also allzu groß ist das Level auch nicht. Okay. Ja, und jetzt haben wir hier für immer Ruhe. Das heißt, wir können hier alles lagern, was wir lagern wollen. Muss ja eigentlich auch nicht zumachen. Hier kann ja kein Monster mehr entstehen. Haben wir irgendwas, was ich unbedingt hier lagern will? Ja. Das machen wir so. Den ganzen Kram. Das sollte ich vielleicht aufteilen in verschiedene... Ach, das mache ich. Das mache ich mal auf Screen. Da überlege ich mir noch ein System, wie ich das hier lagere, dass ich die Sachen dann auch gleich finde. Am besten ja, ein Haufen für normale Items, ein Haufen für Potions, ein Haufen für Scrolls und so weiter. Weil die ganzen Cure Corruption Dinger, die will ich nicht immer mit mir rumschleppen. Die brauchen wir ja erstmal noch nicht. Okay. Okay, also, dann reden wir mit dir. Okay, also, dann reden wir mit dir. Quests. Well done. Take this gold and use it wisely. Take this gold and use it wisely. You feel as if behaving in proper form. 5000. Dankeschön. Good to see a hero. Yeah, yeah. You could need some combat practice. Stimmt doch gar nicht. Win the champions title in the arena. Return to me when you have succeeded. Okay. Das ist ja schnell gemacht. Äh, guck mal hier. Da, da, da. Da, 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 da. Du bist immer, ja, du wirst hier wahrscheinlich bis in alle Ewigkeiten rumlaufen. Genau, hier habe ich die Bücher gelesen. Das kann ich übrigens mal wieder machen. Wir haben ja wieder so viele. Ähm. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Und dann, äh, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles gelesen habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ähm. Wir haben alles gelesen. Haben jetzt Karmonster häufig. 4.600, vielleicht werden wir die brauchen. Magic Misser haben wir jetzt auch eine ganze Menge. Firebolt hat sich auch ein bisschen verbessert. Also ganz gut aufgestellt. Ähm. Oh, hallo. 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 Mein lieber Mann. Wir haben aber alle auf mich gewartet hier. Haben sie wahrscheinlich sogar. Tatsächlich. Ähm. So, wir wollen hier, hier. Ach so. So, 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 so. Blood Shield, okay. Ach, ich kann doch auch W so machen. Ha, funktioniert sehr gut. Äh, Upward. Ähm, wo sind wir? Wo wollen wir hin? Upward. Upward. Oh, wie hat das denn? Ja, ja, ja. Die, 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 die. Wie? Okay, dann gehen wir eben von Hand in. So, ja, das ist irgendwas, whatever. Äh, wir wollen... Weißt du was, das geht schneller. So. Okay, jetzt müssen wir noch warten, bis die Invisibility vorbei ist, weil wir Invisible nicht in die Arena dürfen. Gut, na dann wollen wir mal sehen, ob wir Champion werden können. Okay, also, nice to see you once more, ja, in der Tat, wanna fight again? Ja, keep in mind, one more fight, ja, das ist jetzt der gegen den Champion, ne? Ja, was haben wir hier, du bist der Champion, Li Han Kai, Ogamagus, okay. Screams Words of Magic, kannst du ruhig machen, ja, kannst du ruhig machen. Magical Eyes sind wir immun gegen, hast du schlechte Karten. Ähm, bzzzt, 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 okay, gehen wir auf Coward, bzzzt, okay. Ähm, congratulations, you have won your 20th fight, this makes you the new champion. To acknowledge you, I work very well, we do grand, ye, see, golden gladius. Me has won one of those plates, and me great helps, whatever. Dankeschön. Okay, wie viel Geld liegt da? Lohnt sich das? Wir können jetzt natürlich noch weiter kämpfen, äh, das ist allerdings auch wieder etwas, das... Jetzt wird es ein zufälliges Monster, das heißt, es können auch richtig üble Dinge erscheinen hier. Nee, ist es mir nicht wert. Ach komm, einmal probieren wir es. On a Defend Your Championship? Ja. Ogelotner, das geht ja. Für 57, okay, das war es nicht wert. Okay, danke für das Geld. Bist du hier, was willst du? Hostile Wolf, äh Wolf, äh, gehen wir weg. Gut. Haben wir das erledigt, können wir jetzt also zurück zum Zwerg. So, und hier. Set 05, down, down. Set 05, down, down. Set 05, down. Okay. Okay, ja, Dwarven Sausage. Yes. Several items. Siebelheim. Da, pushen. Ach so. Das ist eine Falle, Birx. Das ist nicht die Treppe gewesen. Oh Gott. Die Treppe ist da. So, wir machen weg da. Push of Water, danke. Die können wir immer brauchen. Burn. Okay. Good to see a hero. Well done. Take these fine items as an addition to your equipment. Und, äh, ach du liebe Güte. Potion of Gain Attributes. Okay, wenigstens eine Sache, die uns was bringt. Fireproof, Waterproof, Blackie brauchen wir alles nicht. Aber, ne, gut, egal. Ähm, nehmen wir alles auf. Und, dann wollen wir hier mal in die Kneipe gucken. Also, erstmal gucken wir uns mal unser, unser Schwert an, das wir gefunden haben. Äh, 100 Weapon, Golden Gladius. Golden Gladius, Death Sting. Plus 2, 2d5, plus 2, plus 3, plus 3, plus 7 Speed. Das ist also vom Prinzip keine schlechte Waffe. Allerdings, ist unser Schwert erstens auch nicht schlecht. Und zweitens können wir mit diesem Golden Gladius etwas viel besseres machen. Ähm. Bist du das? Bart, der Grizzled Gladiator. So, du bleibst jetzt mal schön hier. So, ähm, bevor wir jetzt mit Bart, dem Güstel Gladiator reden, werden wir folgendes machen. Ähm, wir werden aus, ohne irgendeinem bestimmten Grund uns vorbereiten, indem wir, ähm, mal gucken, wo wir unsere Potions haben. Haben wir Boost Learning? Ja, haben wir, muss ich allerdings, okay. Ähm. Müsste was? Vorher machen wir das. Ähm. Ähm, was ist denn mit der Potion of Gain? Ähm, mit der Potion of Gain, ähm, Blast Training. Ähm, damit warte ich noch. Uncurse Pushed Pushed of Gain Attributes. Okay. Ja, ja, das machen wir vorher. Die werden wir vorher, lass mich hier mal, äh, ich bin hier durch. Ähm. Wieso sollte ich dich nicht angreifen wollen? Ähm. Wir wollen, äh, droppen. Pushen of Water. Pushen of Hollywood, wo ist das? Pushen of Water, da. F. So, jetzt wollen wir dippen. Einmal die Potion of Gain Attributes. Into Holy Water. Jetzt zwar ein bisschen Verschwendung, aber ich will die gleich trinken. Und nicht warten. Ähm, Blast Potion of Willpower, das ist, die sollten wir vielleicht auch mal nehmen. Ähm, wie ist unsere Willpower im Moment? 24. Ja, das ist die Frage, ob das auch das Maximum erhöht. Ah, wir sagen nur eine Möglichkeit, es rauszufinden. Also, wenn es Blast ist, müsste es eigentlich mehr als ein geben. Ich glaube, es sind zwei oder drei Punkte. Und wenn es jetzt nur ein gibt, dann wissen wir, dass es nicht übers Maximum hinausgeht. Also, trinken wir mal die Potion of Willpower. Waren es 23? Ich glaube, es waren 23. Okay. Hat das also das Maximum erhöht. Unglaublich schlechtes Kurzzeitgeld. Ich weiß es schon nicht mehr. Aber zum Glück ist das ja im Video zu sehen. Dann muss ich es mal einfach nochmal angucken und dann sehe ich es. Was wir jetzt auch noch trinken, ist die Pushen of Gain Attributes. Alles ist einen besser geworden. 26, 30 müssen wir sehen, dass wir bald mal 30 erreichen. Das ist gut für unsere Boy Spells. Und jetzt dippen wir noch die Potion of Boost Learning into Holy Water. Und mit dieser Boost Learning gehen wir jetzt hier zu dem Kollegen. Ja. Trinken. Die Boost Learning. Da ist sie. B. Und reden mit dir. Hey! Hey, meine ich. You got the Golden Gladius. You must be a promising fighter. I won two of those in me days. Two Golden Gladiuses. Gladi, Gladi, Gladi oder Gladius. Gladius? Was ist das? U-Deklaration? U-Deklaration? Gladius oder Gladi? Ich weiß es nicht. Latein ist so lange her. Ist auch völlig egal für das Spiel, das wir gerade spielen. Lost both of them when my home village was pillaged by an Elder Chaos Worm. Ja, das ist auch nicht gut. Damn. Lost everything on that day. Okay. Wife, children, dog. Sniff. Does you want to exchange dark gladius for some training I might give you? Ja. Ja. Okay, now listen. Over the next hours, the old gladiator recounts a number of interesting tricks to you. He also shows some new weapon moves to you. Proof your skill with unarmed fighting. Das ist nicht so wichtig. Deggers and knives ist nicht so wichtig. Clubs and knives ist nicht so wichtig. Das ist alles nicht so wichtig. Alles nicht so wichtig. Alles nicht so wichtig. Alles nicht so wichtig. Was wichtig ist. Wo können wir nochmal die Skills anzeigen? Hier. Wir haben den... Wow, 100. Haha, geil. Wir haben den Skill Tactics von ihm bekommen. Und weil ich vorher meinen... Und der Wert, mit dem man... Also der, auf dem er uns den Skill beibringt, hängt von unserem Learning-Wert ab. Und da wir mit Learning 40 verdammt gut sind, haben wir offensichtlich Tactics 100 bekommen. Was ich mich nicht erinnern kann, mir schon mal passiert ist. Aber... Tactics ist ein toller Skill. Mit dem verbessern wir unsere... Wenn wir nicht normal kämpfen, also wenn wir quasi Berserken oder Coward oder Aggressive oder Defensive, also irgendeines von diesen Kampftaktiken in Anführungsstrichen anwenden, kriegen wir ja immer Boni und Mali. Also Boni auf... Also wenn wir Defensivkämpfen kriegen, war Boni auf Verteidigung und Mali auf Angriff, logisch, ne? Und so weiter und so weiter. Das verbessert das. Das heißt, die Boni werden größer und die Mali werden kleiner. Mal gucken. Tactics. 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 This skill modifies the bonuses and penalties yielded by the T command. See the command list. Which influences the fighting techniques of a character. And the character starts out with the skill. You'll have to learn it somewhere. Und das haben wir getan. Genau. So, und diese Werte sind jetzt besser. Ich weiß jetzt nicht, wie sie vorher waren. Aber die sind jetzt besser. Ich weiß nicht, wie viel besser. Aber sie sind jetzt besser. Und wer sie sind nicht besser, dann stimmt mit dem Spiel irgendwas nicht. So. Okay. So, jetzt wird ja unsere Learning Potion, die wird ja nicht mehr lange halten. Können wir noch irgendwas, haben wir noch irgendwas zu lesen? Wer ist? Einmal können wir es ja in jedem Fall lesen. Learn. Yes. Okay. So, das sollte erstmal reichen. Ja, da würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Haben zwei Quests erledigt. Können dann... Warte mal, können wir mal gucken. Vielleicht können wir noch eine dritte machen. Lalalalala. Chat. Lala. Quests. A vile demon has been terrorizing our homely village recently. Find and slay the vile beast. Ja. The creator is roaming through our village. The creator. What? Find it quickly before it can do more harm. Mach ich. So, jetzt nur mal drauf achten, wo hier ein... Da ist der Dämon. Resist the Searing Flames. Okay. Ja, ja. Mach die mal nicht so wichtig hier. Ähm... Acid Bolt. Ähm... Acid Bolt. Frostbolt. Könnte dieser Kollege... Ähm... Nehmen wir mal ein Frostbolt. Das Dumme ist, dass hier so viele Zwerge rumstehen. Und wir mit unseren Ball Spells nicht wirklich arbeiten können. Ähm... Frostbolt. Greater Demon seems to shrug off the bolt. Und wir sind Level 18. Spell costs from now on are reduced by 40%. Wie wunderbar. You improve in the area of pickpockets. Und kriegen... Okay. Ich kann Backstabbing. Woher kann ich Backstabbing? Ich kann Backstabbing. Ähm... Ach so, das habe ich bestimmt von Dicks gelernt, ja. Okay, was wir brauchen... Irgend... Ich kann Backstabbing... Climbing... Stealth... Okay, haben wir 100. Sehr gut. Also haben wir noch ein Skill über... Äh... Swimming. Einen Punkt. Okay, das hat... Das hat geholfen. Ähm... Oh Gott. Oh Gott. Okay. Mhm. Wo habe ich mir meine... Äh... Liste, was ich mir überlegt habe? Also... Charge brauchen wir nicht unbedingt... Piles brauchen wir auch nicht unbedingt... Strong Orga... Strong Healer... Healer ist nicht schlecht... Strong Magick haben wir schon. Hm... Strong Aura... Careful ist auch nicht schlecht... Ich meine, wir haben uns noch nicht so oft geheilt... Allerdings, wenn wir uns heilen, wäre es auch ganz gut, wenn das gut funktioniert. Grease Lighting ist auch nicht schlecht... Careful hat den Vorteil, ist, ähm... Schaltet Bookcaster frei... Also Good Bookcaster frei... Schaltet, ähm... Zusammen mit Very Careful und Quick... Defensive Fighter frei... Was eigentlich für einen Magier auch nicht so schlecht ist... Nehme ich Careful... Ja, nehme ich Careful... Okay, so... Jetzt müssen wir mal noch dieser... Dieser... Dieser blöde... Äh... Na ja, das machen wir mit einem Frostbolt... Da haben wir die besten Chancen, ihn zu treffen... So... Ist der blöde... Der Zwerg ist, glaube ich, aber noch nicht weit genug weg da... Und wenn ich... Das Dumme ist, wenn ich einen Zwerg töte, dann werden gleich alle anderen auch Hostile... Selbst wenn ich es mache, um sie alle... Um alle anderen zu retten... Okay... Demon ist tot... Und bevor hier das irgendjemand wegnimmt... Nehmen wir uns die Portion of Water mit... Gucken, ob hier irgendwer gestorben ist, der wichtig ist... Du bist noch da... Und du bist noch da... Gut... Äh... So... Good to see you... So, jetzt... Lass mal rüberwachsen... Well done... Your village owes you eternal gratitude... Take this as a sign of our respect... You feel as if behaving in proper form... Mhm... You hear the Holy... Mhm... Was haben wir gekriegt? Letfield... Ah... Das ist ein Artefakt... Ähm... Äh... Die wird auffallen... Letfield Maze... 800 Stones... Die ist ziemlich schwer... Aber es ist eine ziemlich gute Waffe... Ähm... Letfield Maze... Big Punch... Äh... Big Punch, natürlich... Aber... Sie ist nicht so gut, als dass wir sie... Ähm... Dabei haben wollen jetzt... Wir nehmen erst mal unser... Brotsort... Wieder... Und... Ähm... Den Big... Punch... Können wir hier gleich mal... Geh mal weg... Geh mal... Geh da mal weg, bitte... Werden wir hier gleich mal... Droppen... Okay... Ja... Da haben wir drei... Vier... Eins... Zwei... Drei... Äh... Drei Quests erfolgreich... Ähm... Gemacht... Und... Äh... Ich würde sagen, das... Äh... Reicht hin... Für heute... Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder... Mit mehr Adam... Bis dahin... Tschüss... Bis dahin...